Auftakt zur Aufruhjagd? Wolfsburg will in Champions League Selbstvertrauen tanken. In der Champions League braucht der VfL Wolfsburg eine kleine Aufruhjagd, weil dasjenige Runde der letzten acht zu erreichen. Vor den schwierigen Spielen gegen Rom und Lyon wollen jene VfL-Frauen gegen Galatasaray Selbstvertrauen tanken. Wir können auf den fünf Toren aufstellen, sagte Wolfsburg-Verteidigerin Joel Wedemeyer vor einer Woche. Da hatte der VfL in der Champions League der Frauen aufrecht mit 5 zu 0 gegen Galatasaray Istanbul gewonnen. November findet nur dasjenige Rematch statt. Am Mittwoch, den 20. Wenn Wolfsburg auf den fünf Toren der letzten Woche aufstellen will, könnte den Gegnerinnen aus der Türkei böses schwanen. Allerdings blickte Wedemeyer mit ihrer Proposition voraussichtlich nur weiter in jene Ferne, nach dem Zweikampf gegen Istanbul. An irgendeinem Ort ein Triumph Pflicht ist, warten noch jene heterogenen schwereren Partien gegen Rom und Lyon. Die Grunddaten zu einem Spiel. Dafür will der VfL jetzt Selbstvertrauen tanken. November, weil 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul. Wolfsburg empfängt an dem Mittwoch, den 20. Für den VfL ist es dasjenige zweite Heimspiel der UWCL-Saison. Das erste ging mit 0 zu 2 gegen Lyon verloren, welches Zeichen will Wolfsburg den eigenen Fans lieber Hintergrund zu einem Jubeln bieten. Der Underdog und Königsklassen-Neuling schoss bisher erst ein Treffer und wartet noch auf den ersten Punkt, jene Tordifferenz ist mit minus 13 aus drei Spielen nicht überragend. Wolfsburg konnte durch dasjenige 5 zu 0 in der letzten Woche jene ersten Zähler einsammeln und liegt so auf Sportplatz 3. Falls jene As-Roma, halbes Dutzend Punkte, wiederholt gegen Tabellenführer Lyon, 9, verliert, könnte Wolfsburg zu Sportplatz 2 aufschließen. In Istanbul war es eine klare Angelegenheit, jene Wölfinnen gewannen sogar in der Ältetut verdient mit 5 zu 0, so lief dasjenige Hinspiel. Zwischenzeitlich fehlte jene vor dem gegnerischen Treffer, aber welches Manko konnte der VfL an diesem Punkt in der Anfang vom Ende des Spiels einmal mehr wettmachen? Minute hinter dominantem Departure jene verdiente Führung. Joel Wedemeyer erzielte in der 24. Nach der Pause legte Rebecca Blumquist mit einem Doppelpackung, 63, und, 77, hinter, ehe es in der Nachspielzeit garlich für Galatasaray wurde, Blumquist schaffte dasjenige Upgrade von Doppelpackung auf Hedrick, und Vivian Endemanns Preis zu einem 5 zu 0 war der Schlusspunkt des Tour-Festivals.